X-Tipp Sportwetten, Ihre modernen Sportwettshops im Zentrum von Kiel und Rendsburg. Erleben Sie die Spiele des THW in unserem erstklassigen Ambiente. Wir bieten Ihnen spannende Sportereignisse auf 80 Zoll Monitoren. Spielteilnahme ab 18. Glücksspiel kann süchtig machen. Hilfe unter bzga.de Kiel und Rendsburg 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 Ich freue mich sehr, dass unsere Nummer 16 bei mir ist. Einer der Männer des Spiels. Und das ist Kim. Kim, man kann, glaube ich, sagen, Glückwunsch zu einer unglaublich spannenden Partie. Aber wie groß ist die Enttäuschung, dass es am Ende dann doch nicht gereicht hat? Danke erst. Es ist schade, dass wir nicht gewinnen. Aber wir haben die 60 Minuten gut gespielt und haben alle gut gekämpft. Natürlich ist es schade, dass wir nicht zwei Punkte haben. Aber wir haben gut gespielt. Beim letzten Spiel gegen den Bergischen HC, da habe ich hier Steiner Ege interviewt. Und da hat er gesagt, ich fühle mich ja doch eher als so eine Art Torwarttrainer, als Ersatz. Was hat er dir denn schon alles beigebracht, dein neuer Torwarttrainer? Wir arbeiten gut zusammen. Er hat viele gute Tipps. Und ich freue mich sehr, dass er hier ist. Weil für mich ist das super. Also meine Entwicklung läuft besser. Und er ist ein super Typ. Johann Schößrand an Grippe erkrankt. Andreas Palika, den Sehnenanriss im Oberschenkel. Und du mit Anfang 20, du steckst das alles so super cool weg. Scheinbar. Wie groß empfindest du den Druck, der gerade auf deinen Schultern lastet? Das ist natürlich groß. Aber es muss immer ruhig bleiben und immer konzentrieren auf meine Dinge. Und dann weiter kämpfen. Das ist nur mein Ding. Und dann vielleicht am Ende doch noch die Meisterschaft. Vielen, vielen Dank an Kim Sonne. Vielen Dank.